Als ich 28 war, habe ich nicht gedacht, dass ich meine berufliche Erfüllung finden könnte. Aber das ist möglich und das möchte ich schon jedem weitergeben. Wir haben junge Leute, die sich mit Begeisterung für den Kunden einsetzen und mit überdurchschnittlichem Einsatz auch das liefern, das wir dem Kunden versprochen haben. Bei Professional bleibt man nie in der Komfortzone, sondern wird jeden Tag wieder herausgefordert und kann sich durch das auch weiterentwickeln. Ich finde hier den Teamspirit extrem cool und auch beim ganzen Einstellungsprozess ein höchstes Glück gehabt, sie wollen mich als Mensch und sehen mich wirklich passend auch ins Team. Und das gibt auch jeden Tag mega Motivation. Ich bin bei Professional, weil ich den Leuten helfen würde, die es genau gleich gegangen ist wie mir nach der Lehre. Die wissen, was machen und wo andere das wollen. Dass man diesen Leuten weiterhelfen kann, dass man auch den dualen Bildungsweg fördern kann und dass man so effektiv einen Fussabdruck für die Wirtschaft entlassen kann. Extrem wichtig ist, wenn jemand hier arbeiten möchte, dass er sagt, ich will auch etwas bewegen für die jungen Fachkräfte in der Schweiz und dass er wirklich mitreissen kann.